Ich glaube, er ist weg. Er hat irgendwo gegengesägt. Genau gehört. Er ist wieder hier bei dem Ausgang. Wie ist das andere? Da ist er gerade auf dem Weg hin. Ich fange an, Ausgang 1 zu öffnen. Und er kommt zurück. Ich weiß auch nicht, wo der andere ist. Der Ausgang auch? Ich musste. Geh zur Luke. Ich konnte nichts anderes mehr tun. Tschüss. Vielen Dank.